So, Willkommen zurück bei Batman A Tale Tale Series. Das letzte Mal haben wir erfahren, dass die Veins miese Geschäfte mit Falcone machen sollen und der Ruf von Bruce Wayne ist etwas im Arsch. So, da ist der junge Mann auch schon wieder. Da erhalte ich jetzt meine Klappe. So, da ist es, dass die Klappe ist. Ich bin in viel Probleme, Harvey. Und ich brauche deine Hilfe, um mich rauszuhren. Ja, natürlich. Natürlich, was ich tun kann. Herr Hill hat das? Ja, dann die Körpers schrauben meine Haus, um alles mit Wayne Enterprises zu holen. Computers, hard drives, files. Oh, sonne von B****. Du bist der D.A., Harvey. Ich wusste nicht, ich versuche. Herr, Hill hat mich völlig verletzt, auf diese Sache. Gott, verdammt. Er hat kein Recht, um eine Analyse zu holen, ohne meine Okay. Okay, ich glaube, Harvey. Herr Hill versucht, uns beide mit diesem Gehäuern zu verletzen. Und dann hat er zwei Analyse gemacht. Ich verstehe einfach nicht. Warum würde Hill auf seine Klappe über das? Nur um dich auf einen Frivolen Analyse zu verletzen? Das macht einfach nicht Sinn. Was könnte er vielleicht versuchen, zu erreichen, außer ein paar cheapen Vorstellungen? Du denkst, Falcone könnte es hinter ihm sein? Er war nicht so glücklich nach dem Fundraiser. Gott, was ein Mist. Bruce, ich wünsche mir, dass ich das einfach rauskriege, aber ich bin nicht sicher, ob ich kann. Wenn ich in der Lage bin, das Erstehen würde, es hätte ich als ein Konflikt von Interesse. Und das wäre nicht gut für uns beide. So, ratet mal, wer gerade gekommen ist. Du hast mir nicht gesagt, dass du ein Freund bringst dir ein Freund zum Essen hast. Das ist Selina. Ich hoffe, dass ich nichts zu verabschieden habe. Nur eine Ereignisse. Harvey hat dich nie vorher schon erwähnt. Oh, wirklich? Das ist interessant. Was war dein Name wieder? Es ist Selina. Selina Kyle. Es ist ein starkes Grip, das du da hast. Nichts, ich werde nicht fallen. Oh, sorry. Selina ist neu in der Stadt. Ich zeige sie in Gotham, erhebliche Beziehung zu Menschen. Du bist ein guter Tour-Guyte, Harve. Well, wenn ich die Wahl verabschiede, ich glaube, ich kann... ...dreibe einen von diesen Double-Decker Tour-Bus in der Stadt. So, da habe ich mir die Antwort verpasst. Also wurde geschwiegen. So, Zeit für Tufflers. Na, wer sagt es zuerst? Wir ahnen beide wer. Ich würde, Harve, nicht zuerst. Nicht zu sagen, alle in diesem Café. Du wirst, wenn du schön spielst, diese Zeit? Das betrifft auf dich. Keine Angst, ich werde dich noch nicht verabschieden. Noch nicht. Ich bin interessiert über etwas, aber... Ich mache was ich für Geld, aber du bist... Bruce Wayne. Was ist deine Entschuldigung? Ich muss. Aber du... Ich glaube, dass du schon genug weiß. Das Rest ist mein Geheimnis. Und hier war ich, dachte ich, dass wir da sind. Wie entschuldig. Du hast etwas, das mir gehört. Ich will es zurück. Das ist wunderschön für mich. Ich bin auf die Leute. Ich bin nicht derjenige. Wer hat dich in den Bürgern? Meine Kunden lieben, dass ich zu sein bin. Sie wissen, wer ich bin. Ich weiß, wer sie sind. Aber du wissen, wer ich bin. Diese Leute, die ich arbeite, sie nicht schreien. Wenn ich das nicht verabschiede, das koste viel mehr als Geld. Es sieht aus, dass du dein Geheimnis hast. Nein, wir haben diese Geheimnis. Und ich werde es nicht alleine sein. Ich werde es nicht alleine sein. Du wohnst mir. Wenn sie nicht verstehen, was sie wollen, dann werden sie konsequenzen. Ich mag nicht... ...konsequenzen. Okay, du willst meine Hilfe? Du hast es. Was kann ich machen? Du kannst mir die Geheimnis zurückgeben. Hm. Nicht möglich. Listen. Ich habe nicht viel Zeit. Mein Arbeitgeber erwartet mich, dass ich die Geheimnis... Woher? Die Adresse. Jetzt. Nein. Gib mir die Geheimnis. Komm. Du bist mir nicht verabschiedet. Ich habe mich daran verabschiedet. Ich habe nicht vertraubt. Ich denke, ich kann auch nicht verabschieden. Ich habe mich nicht vertraubt. Ich bin nicht vertraubt. Wann solltest du ihn treffen? 15 Minuten vor. Better hurry. Alles okay hier? Du sagst mir. Ich habe meine Leute arbeiten. Wir werden alles rauskriegen. Ich fühle mich besser. Sorry, aber ich muss gehen. So soon? Bist du nicht für einen Drink bleiben? Ja, Bruce. Bleib für einen Drink? Ich würde gerne, aber ich habe noch eine Verabschiedung. Und ich will wirklich nicht für ihn sein. Oh, okay dann. Und nicht vergessen, dass du in deinem Kuss verändern kannst. Alfred, ich bin in dem Haus. Kein Zeichen des Katwomenkontaktes. Es ist kalt. Der Geräusch eines Kusses. Bleib auf der Guard. Ja. Wollen wir mal das Ganze hier öffnen und da rein gehen? In das Lagerhaus. Für die ganze Action kommen wir schon ein bisschen zu spät, wie das hier aussieht. Die Leute, die hier liegen, hatten wohl schon ihren Spaß. Das war kein Handlauf. Es war ein Massaker. Wie viele? Ich hätte die Stückchen geknommen. Oh, mein Gott. Wer könnte so etwas haben? Das ist das, was ich herausfinden werde. Gordon. Eastside Docks. Warehouse 133. Okay, jetzt heißt es ja erstmal Leichenteile angucken. Oder wie, oder was? So, was ist denn? Äh, uns schlau machen hier. Was denn passiert dann könnte? So, Gegenstände, die mit nn markiert sind, können Sie mit Zugehörigen Gegenständen verknüpft werden, um eine Verbindung zu Theoretisieren. Dann wollen wir doch mal hier irgendwie versuchen, was zu verknüpfen. Dann wollen wir doch mal hier irgendwie versuchen, was zu verknüpfen. Aber die Chemikalien selbst waren inert. Und nicht explosiv. Dann wollen wir doch mal hier. So, wir müssen weiteruntersuchungen anstellen, damit wir hier auf des Rätsels lösen und kommen, was passiert ist. So, erschossener Polizist. So, erschossener Polizist. Dekonstruierer. So. So, machen wir hier mal auf oder gucken wir erst die Paletten an? Ja, öffnen wir mal das. Oder auch nicht. Doch. So. So. Was macht da? Weiß-Rosa. 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 So, weiter geht's. Noch ein toter Verbrecher? Noch ein toter Verbrecher? So schlecht? Tja, wenn das jetzt ein anderes Spiel würde ja aufstehen und uns anfallen, arbeitet es Batman und nichts vorverstellt. Geht mich ein bisschen aus wie ein Zombie. So, was hat er in seiner Tasche? Skyline Club This man has been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? So, what do we have to do now? Or what do we do here? So, we have to move the stick a little... until it blinked and we are on the skull. Yeah, that looks good. And boom. So, he's got his hands broken. Bits of human flesh. Bits of human flesh. So, then we are going to connect both of them. No, or his hands. Well, what do I do now? Yeah. The cop shredded this murder to pieces. Barehanded. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Something was here when the explosion occurred. I don't think so. No proof. That didn't fit. Sorry. So, what do we have to do? Yeah, we can open it. Man, we are so strong. It looks like a bullet started this. A normal bullet could not cause that explosion. It doesn't appear normal. The point of entry is melted. So, that tonnebohrstück. probieren wir das nochmal mit dem kopf des verbotten polizisten das passt geht gerade nicht weil der hat noch eine verbindung glaube ich wenn diese nicht gepasst hat hier aufheben genau jetzt verbinden mit dem kannisterstück oder ein tonnenhochstück das könnte jetzt passen die politik ab und das hat gepasst aber wir sind hier noch nicht fertig müssen wir mindestens noch eine verbindung irgendwie finden ich bin jetzt hier am suchen war bei ihm noch was nein sollte mich eigentlich auf dem boden konzentrieren die lösung ich werde auch gleich drauf kommen auch halt nur einen kleinen moment so das haben wir noch dazu fehlt das passende gegenstück tja wo könnte es sein wo könnte es sein wo könnte es sein angeguckt habe ich es mir auf jeden fall das kann ich schon mal sagen nur liegt es im moment gerade nicht im kamera bereich das ist wahrscheinlich mein problem dass ich es ja guck mal da war es doch eben nach was mache ich denn Patrick falsche richtung falsche richtung das geht doch nicht die einzige letzte möglichkeit die es noch gibt etwas zu verkünden so dass hat gepasst nach dem explosion have you put it together yes falconi leaving his rose here this is a message dead cops stolen chemicals he's making a big move one of the snipers hit a canister with an incendiary bullet causing it to superheat and explode this may have been a distraction or a way of destroying evidence cops moved in to stop the theft falconi's men gunned him down and escaped have you located the shooter no i based on two impact trajectories the canister and the dead cop the shooter could only have a clear shot from there 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 or there and would have contaminated himself with the phosphorous residue program the skimmers to pick up that signature right away sir so jetzt müssen wir also den schützen oder die position des schützens finden wir haben drei zur wahl hier dann liegen sie unten ganz rechts da auch noch eine gab benutzt bad tech um phosphor rückstände aufzuspüren aufzuspüren oh Die beiden Unterlagen könnten von hier ausgeliefert werden, aber keine Phosphorus-Trace. Da sind auch die Phosphorus-Rückstände. So, gucken wir uns das nochmal an. Spuren von radioaktiven Rückständen. So, da ist er. So, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er tot ist. Ja, aber er lebt tatsächlich noch. Äh... So, da ist er nicht so gut. Schlaf! So, jetzt wird Batman etwas brutaler, aber er braucht seine Antwort, ne? Ich bin nicht im wilden, gib mir einen Protokoll, ich werde mal nur recht. So, Kopf, Rippen. Ja, da kann man auch Rippen. Sag mir! Die Katastin hatte eine Karte, die wir brauchten, aber sie fliegt. Wir mussten es finden. Karte nach Karte! Niemand sollte uns hören. Wir haben alle keine Ereignisse. Warum riskieren wir mit der G.C.P.D.? Niemals von Chemikalien. Falcone wollte ihn. Was sind die Chemikalien für? Wir wurden bezahlt, sie zu stehlen, nicht Fragen zu stellen. Nein! Stopp! Du kannst das nicht tun! Bitte nicht! Oh Gott, nein! Ich glaube, wir können ihn auch direkt brechen. Wir müssen erst mal ein bisschen rausführen. Na dann. Ich beginne hier. Und bleibe brechen, bis Sie antworten. Die Chemikalien! Eine Art Explosion! Ich weiß nicht. Falcone sagte, er würde ihn bald benutzen. Das ist alles, was ich weiß! Ich versuche, ich versuche! Ich habe dir alles, was ich weiß! Wir können ihn brechen. Wir müssen ihn aber nicht brechen. Ich hab's mal gemacht. Oh Gott. Jesus Christ! Wir sind die Töne! Wir sollten verschwinden! Wir sollten verschwinden! Batman redet eigentlich hier. Ah, sieht schon ein bisschen böse aus, ne? Mit dem ausgerenktlichen gebrochenen Arm. Ja. Für das Spiel bin ich etwas zu weit gegangen. Aber was soll's. Damit endet das Video und im nächsten Teil geht es an dieser Stelle wieder weiter. Ja. Ja.